Mein Name ist Ivan Brunner und ich arbeite schon seit mehr als einem Jahr bei Affinidas AG als Interim- und Projektmanager. Meine berufliche Erfahrung habe ich bei KMUs, einer Non-Profit-Organisation, bei Grosskonzernen im Bereich der Elektronikfertigung in verschiedensten leitenden Positionen sammeln. Nebst meiner langjährigen Führungserfahrung liegen meine Kernkompetenzen im Lean-Management. In der Prozessoptimierung mit dem Einbezug von Mitarbeitern, Lösungen zu suchen und umzusetzen, löst bei mir eine grosse Leidenschaft aus, die mich zu Höchstleistungen bewegt. Es motiviert mich, die Firmen zu unterstützen, zu begleiten, nötige Grundlagen zu legen und auch die Weiterentwicklung mitzugestalten. Mir ist wichtig, in sinnvollen Mandaten mitzuschaffen und im Sinn des Auftraggebers Herausforderungen nachhaltig umzusetzen. Das kann ich bei Affinidas in einem Umfeld von erfahrenen und wertvollen Arbeitskollegen erfolgreich verwirklichen. Wir sehen uns auf einmal. Untertitelung des ZDF, 2020